Ja, liebe Leute, ich kann ins Radio kommen mit dem Song Leben ohne Plan, featuring Real Dave X und Feel Pain. Und das Ganze könnt ihr unterstützen, indem ihr einfach auf FFN geht, auf die Internetseite, auf Google. Gebt das mal ein, das gelbe vom I, FFN, oder sucht das auf der Internetseite von dem Radiosender. Und dann geht ihr auf Y, das müsste auch, glaube ich, bei R funktionieren, wenn man Real eingibt. Dann kommt schon das Lied von Real Davey X, Vintage Sweater. Ja, und dann geht ihr einfach auf Y und dann gebt ihr ein Yuan oder Yuan931. Und dann kommt da mein Song Leben ohne Plan. Das kann sogar sein, dass da gleich noch einer auftaucht. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn ihr da einmal unterstützen würdet. Jeder Vote würde uns helfen, beziehungsweise mir auch, weil dann kann man nämlich ins Radio kommen, gegen Ostern oder an Ostern, am Osterwochenende, bei einer Hitparade. Und dann läuft das Lied tatsächlich ohne Scheiß und wirklich echt im Radio. Also helft mir und David, Real Davey X und Yuan931. Und dann würde ich mich freuen. Ja, Support ist kein Mord. Und ja, macht das einfach. Danke.